ein allo hier heute mit der Karte gut auf uns im Rostenkanal und zum kleinen Horrorspielchen Indie Horrorspielchen heute spielen wir an Yandere Escape ich weiß so das geht hier um so einen komischen Geist wo man hier an der Schule so ein asiatisches Game und ist halt ein Geist und der verfolgt uns und müssen irgendwie überleben die Fault Mode einer Mord-Normel ich will die Unity-Engine macht vor allem ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer ohne sie ja gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen lieben Dank dafür dann gucken wir mal du bist aufgewacht sei ruhig was tut sie ja was will sie von mir mir geht's gut ja toll bist du hungrig sie bringt was zu messen was 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 Press A Skip oh da ist ein Schlüssel ich hab'n Schlüssel was ich bin jetzt hier ich bin 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 hier man muss E gedrückt halten was willst du von mir Elfopissimo warum herren sie von mir weg vielleicht breche ich deine Beine ja klar, warum nicht what ja scheiße, was oh, ich leg mich am Arsch presse eh to skip ja, skippen wir gleich mal wir nehmen jetzt mal den Schlüssel key 1c 1c wo ist denn 1c da gibt es keinen 1c ach, da unten wir sind hier wir müssen links dann wieder links und jetzt geradeaus und dann rechts und dann wieder links geradeaus geradeaus und dann rechts und dann links ach scheiße, ich bin falsch abgebogen ich muss zurück ah es lockt oh, leck mich am Arsch oh, lockt blöde Kuh das darf wohl nicht wahr sein, oder? so ein dummes Stück wir sind tot jandere escape jandere escape jandere 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 oh, leck da war's mit mir kann man es ja machen wir müssen auch immer leise sein was haben wir jetzt für einen Schlüssel 2c 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 wo ist 2c ähm links und dann mal laufen links und dann mal laufen aber wir machen ein bisschen zu laut links und dann wieder links, ne? und jetzt? ah, wieder falsch laufen wieder zurück wieder zurück wieder zurück und jetzt? noch ein Stück lockt scheiße geradeaus und dann links geradeaus und dann links äh, rechts? und dann muss es hier irgendwo sein need key 1c ach, ist das schon da? ne, ich komm da mit dem plane durch hier ach, geh fort leute 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 ach, no ich bin einfach zu schlecht in so einem case hier das ist, äh, böse böse welt hier fool ne leute ihr könnt sich ja gern selber runterladen und selber mal probieren und selber spielen wär doch ne tolle sache dieses jandere escape so ist gar mal schlecht aber mach mal more play training level ah aber ist einfach für mich wieder zu schwierig weil die ist auch so schnell auf einmal steht sie da, ne? und jetzt wenn sie sich wenn sie einmal bei dir ist dann kannst du gar nichts machen wenn jetzt die Schränke nicht alle verschlossen werden wären es ja wunderbar aber dann sind auch hier die Schränke wo du dich verstecken kannst wenn du Glück hast ist offen wenn du nicht ist verschlossen dann steh ich da, ne? aber so ist nicht schlecht dieses jandere escape wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen würdet uns freuen wenn ihr einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal bitte bewertet das Video schreibt was in die Kommentare aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt einfach nur aufs Köpfchen drücken press that button to subscribe ansonsten genießt das Leben habt Spaß passt auf euch auch übertreibt sich und bleibt gesund in diesem Sinne ich würde sagen tschöö mit dir und verkehrt uns euer Rosti thank you good bye good night good night good night good night good night good night good night